Jo Leute, ich nehme das Ganze hier ohne Skript auf, da es nur ein kurzes Informationsvideo ist. Und zwar geht es um die letzte Bleach-Folge. Mayuri sagt, man solle gegen die Sternritter, beziehungsweise gegen die Quincy, sein Bankai nicht einsetzen, da diese es versiegeln können. Zu dem Zeitpunkt war das die Expertise. Doch warum haben ausgerechnet vier Captains bereits ihr Bankai eingesetzt? Ganz einfach zu erklären, die Quincy sind alleine schon den Shinigami im Durchschnitt überlegen. Denn wenn man mal betrachtet, ein No-Name-Quincy gegen mehrere No-Name-Shinigami gewinnt der Quincy. Die sind einfach kampferfahrene, die sind einfach von Natur aus stärker im Durchschnitt. Und wenn wir dann einen Quincy haben, einen Sternritter, Elite von Juerbach, selbst schwächere Elite der Sternritter, müssen wir bedenken, die haben ihre Fähigkeiten, die sind nicht übel, größtenteils von Juerbach bekommen. Und dann haben diese noch ihre Verwandlung, ihre Vollständigformen, haben sie bis jetzt noch nicht eingesetzt, aber wird noch kommen. Doch allein einfach ein Quincy von den Sternrittern, mit seiner Fähigkeit, mit seiner Grundstärke in der Base, ist einem Captain in der Base überlegen. Die Captains sind halt so, wenn sie einen Gegner nicht besiegen können, ihr letzter Joker ist halt so gut wie immer Bankai. Wegen einer krassen Fähigkeit und auch der 10-fache Multiplikator. Shinigamis haben einen Multiplikator beim Bankai, der geht bis auf 10 und hochrangige Shinigami haben eigentlich immer einen 10-fachen Multiplikator. Ein Ikaku zum Beispiel, würde ich sagen, hat vielleicht einen 8- oder 9-fachen, also ihr merkt, worauf es hinausgeht. Wenn dann das Shikai nichts nützt, wie wir bei Biakuya gegen S-Nerd gesehen haben. Ein Biakuya ist machtlos gegen den S-Nerd. Er blockt die Attacken von Renji mit der bloßen Hand. Die haben keine Chance gegen S-Nerd. Biakuya sagt zu Renji, er aktiviert sein Bankai, er aktiviert auch sein Bankai. Doch es war nicht wie gedacht, denn in dem Zeitpunkt hat Mayuri herausgefunden, dass sie das Bankai nicht versiegeln, sondern stehlen können. Und hätte Biakuya das gewusst, hätte er sein Bankai auch nicht gezündet. Also, Endergebnis, Biakuya ist am Arsch. Man versteht das auf jeden Fall, denn die Gegner sind in der Übermacht und ohne Bankai können die halt nicht besiegt werden. Und aus der Not heraus wird man halt gedrungen, sein Bankai einzusetzen. Was halt blöd ist, aber halt so ist. Also, es war definitiv nicht so schlau von den Käpt'n Siebankai zu zünden, da sie erstmal auf Mayuri warten sollten. Das wären vielleicht noch ein paar Minuten extra gewesen. Den Kampf hätten sie auch so herausgezögert. Nurfalls wären sie ja weggelaufen einfach. Ich meine, das würde ja noch gehen wahrscheinlich, bis in den Kampf hinhalten. Aber ansonsten, man kann es definitiv nachvollziehen, warum bereits vier Käpt'n Siebankai eingesetzt haben. Ich meine, das würde ja noch gehen, bis in den Kampf hinhalten.